Hulk-Trank vs. 2 Oh mein Gott, was ist das denn? Hast du den genommen? Nimm den mal! Fuck, what the fuck? La la la, ich baue mir jetzt ein Haus Oh mein Gott, Alter! Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, nur diesmal 1 vs. 1 Nicht 1 vs. 1 Ich zerlege den anderen Der erste ist down Der ist bestimmt blau Ist egal So, ich habe verkackt Perfekt Wir machen nämlich 2 vs. 2 Was auf jeden Fall richtig geil ist auf Timolia Finde ich Da mussten sie aber auch nachziehen Weil Gomme ja diesen PvP-Modus rausgebracht hat Der dann schon ein paar Sachen mehr konnte als der normal als hier auf Timolia Und da mussten sie halt total nachziehen Ich werfe dir mal ein Vergiftungs- Okay, der hat einen Vergiftungstank Das ist nice Nice, so deister Okay, ich würde sagen, ich zerlege den hinteren Ach ne, fuck, die haben wir Bogen Oh shit Ähm, ja, also wir sind als Team noch überhaupt nicht eingespielt Deswegen nicht wundern, wenn wir jetzt total abscheißen Ähm Und Ja Ähm Ich Weiß auch nicht, was ich ansprechen soll Also die haben jetzt Nice Nice Auf jeden Fall Ich habe richtig verschissen Ja, ja, ich bin down Leider Ich bekomme die, ich bekomme die Jetzt zum ersten Nein Nein, 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 nein Ja, der gibt dir Oh, wie der mich kombo Ja Ja, na gut Ähm Ich würde sagen, wir machen Wir gehen gleich mal in die nächste Runde Und zwar habe ich heute echt kein Thema anzusprechen Weil ich heute Oder für euch gestern Ein Video hochgeladen habe Wo ich einfach mal alles angesprochen habe Was ich ansprechen wollte Und es war ja ganz sicher kein negatives Video oder sowas Und Ähm Das ist jetzt einfach vorbei Und jetzt machen wir einfach mal zum Spaß Weil ich sowas einfach noch nie gemacht habe Und ich hatte einfach richtig Bock dazu mal Das zu machen Ey, ist doch nicht zu fassen Ja, aber eigentlich ganz panisch Ey, guck mal hier Auf dieser Map habe ich immer sau FPS Drops Ich verstehe es nicht Nee, ist echt zu hell Alter, wie gesagt, da trifft der da unten, ne? Ja, die sind meistens alle schon sau eingespielt als Team Das ist doch nicht so fass Boah, Alter, was ist das für ein Scheiß Kid? Was ist das für ein Drecks Kid? Was ist das denn für ein Drecks Kid? Man kriegt einen mit den Tränken down Was ist das denn für ein Drecks Kid, Alter? Ich bin auch schon vergiftet Leute, macht niemals so ein Kid Weil das regt einfach nur auf für die Leute Ja, komm Ey, die habt ihr nicht bekommen? Ist ja nicht zu fassen, Alter Ja, gut, Leute Wir kacken völlig ab Aber ist auch mal witzig zu gucken Muss man doch einfach mal sagen Erstmal ein Gold Das sieht gut aus Das sieht gut aus Das sieht eigentlich ganz nett aus Und ich habe auch keine FPS-Lags mehr Wir müssen jetzt erstmal verlegen Wir gehen jetzt beide auf einen, okay? Jo Okay Okay, was haben wir denn alles im Inventory? Nix Gut Ich habe den einen einmal getroffen Jetzt hat er mich einmal Aber ich habe Goldapfel drin Und ich habe ihn zweimal Er kommt Er ist sau schlecht Er ist sau gut Er ist sau mittel Er ist mittel Also ich weiß nicht Ich kann ihn nicht einschätzen Aber ich stelle mich gerade saublöd an Ich stelle mich gerade saublöd an Bitte, helf mir Oh, oh Da gehen zwei auf dich Komm, die kriegen wir Die kriegen wir Komm, die kriegen wir, bitte Bitte Hä? 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 Was ist das für eine Scheiße? Okay Oh, Mann Ich hasse das, Alter Teamkampf bin ich echt richtig schlecht drin Was man hier merkt Ne, ne Wir machen jetzt Wir machen natürlich jetzt die Folge Noch zu Ende im Teamkampf Da können wir ja nächstes Mal eins gegen eins machen Aber, ähm Jetzt erst mal so Na gut Weil, äh Baum So Also nicht wundern, wenn ich jetzt nicht so viel Erfahrung habe beim Aufnehmen Jetzt reicht, jetzt reicht, jetzt reicht, jetzt reicht, jetzt reicht So, ich gebe den, ich gebe den Ich gebe den, geh auf den Ja, wir gehen jetzt beide auf den Wir gehen beide auf den Wir gehen beide auf den Wir gehen beide auf den Ja, der ist so down Oh nein Da kommt der an Bist du down? Ne, ich habe ihn einen gekippt Ja Nein Oh fuck Bitte, bitte, bitte Ja Yes Okay, Leute Alter, wie ich mich freue Nur, dass wir einmal gewonnen haben Aber ist auf jeden Fall nice Lol Ähm Ich wurde zu Ja, das meine ich halt Diese Wartezeiten Die nerven ein bisschen Dann sehen wir uns gleich Nach einem kleinen Cod Nice Nice Kill Aura Okay, es geht direkt weiter Ich glaube, ich cutte da auch nicht Weil, mein, das dauert jetzt für dich Siehst du, schon wieder so FPS Drops Und das ist die gleiche Map Let's fight Was ist das für ein Dreck? Trink mal den Trank Halk Trank Versus 2 Oh mein Gott Was ist das denn? Hast du den genommen? Nimm den mal Fuck What the fuck? Du hast mir einen Heiltrank V2 Was ist das? Wie viele Herzen man hat What the fuck ist das? Nutze deine Chance Was ist das bitte? Hahaha Guck mal Was ist das? Guck mal deine ganzen Sachen An die man bekommt Scheiß drauf, geh drauf Was ist das? Halk Trank Gibt doch irgendwie was Pussy Trank Ich nehme den Pussy Trank Oh nein, ich What the fuck ist das? Seit wann geht so etwas? Man hat ein kaputtes Schwert, Faith Loll Achso, damit one-hitted mal ein Auch da ein hierer Schwert Ja, damit one-hitted mal ein Dieses Kit ist ja der Hammer, Alter Aber wo sind die anderen hin? Siehst du, ihr merkt gerade schon Voll die FPS-Straps auf dieser Map Ich verstehe auch nicht, warum Ich habe jetzt auch nur 19 FPS Auf dieser Drecks-Map Ich spanne mich gerade auch so Um die 20 zu Ja, regt richtig auf Okay Wir müssen die mal finden Wo sind die? Also ich habe 20 Millionen Herzen Falls es nur Das ist doch nicht zu fassen Was ist das? Aber wo sind die hin? Frag ich mich Es gibt irgendwo einen Unsichtbarkeits-Trank Ach, das gucke ich jetzt nach Das kann man gar nicht lesen Das geht aus dem Bildschirm raus What the fuck is going on? Vielleicht sind die hier drin Oh, nee, da geht es nicht rein Hä, wo sind die? Ach, egal Gleich endet der Kampf Dann müssen wir in die Mitte Lassen wir in die Mitte gehen Ich sehe sie! Ich sehe sie! Pussy tragen! Ich sehe sie! Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, da, da, da Oh mein Ich kann irgendwie damit nicht schlagen Mit dem Kick Hä? Kannst du mit dem Schlagen? Mein Schwert schlägt sich nicht Oder es geht so schnell Ah, nee Es geht so schnell Dass man sich sieht Was ist das denn, Alter? Das wäre mal ein Fake-Kit Aber irgendwie übelst geil Na, wenn das nicht so laggen würde Dann fände ich es auch geil Nur diese Map laggt irgendwie Sau Da unten ist einer Da unten Hä? Wo ist der? Was ist das für ein Trank jetzt Den ich bekommen habe? Der hat mich gerade geportet What the fuck ist das für ein Dreck? Er bekommt mich Okay Ich bekomme ihn Ach, ich habe 100 Millionen Herzen Das ist richtig scheiße irgendwie Längster Kampf in meinem Leben Das Schwert bewegt sich nicht Bei mir auch nicht, hä? Das bewegt sich so schnell Dass man es nicht mehr sieht Ist echt so Kein Witz Guck mal, wie schnell du Sachen abbauen kannst Das ist wie im Game-Mode Alter, what the fuck What the fuck Der hat sich geportet, oder? Oder, oder, oder? Komm, ich kill den Den kill ich jetzt Ich habe ihn so oft gehittet Aber wahrscheinlich hat er noch über die Hälfte Was für Tränke der alles nimmt, Alter Oh mein Gott Ich bin gerade im sauharten Fight hier Was heißt Sauheit? Hey, komm aus! Es ist activated! Ich kill ihn, ich kill ihn, ich kill ihn Ich kriege ihn Nein! Ey, das war das schlimmste Kid ever Jetzt lag es bei mir auch nicht mehr Nicht anrufen, Leute Nicht anrufen! Ah, fuck Ich schaffe es nicht Ja, es ist auch ein Drecksgill, Alter Hey, dann mach ich mal eine Hälfte Wie lange das dauert Was ist das denn für ein Dreck, Alter? Wir nehmen schon acht Minuten auf Wegen dem Kacke, Alter Das ist hier mies Los, kill mich, los Ach, genau! Ach, komm, bring dich um Bring dich um, Alter Das regt richtig auch Okay, ich bin dabei Boah, was ist das für ein Scheiß? Warum placken die Herzen da? Wie behindert Das ist irgendwie so ein Hacker-Kid, glaube ich Das kannst du, glaube ich, nur mit einem Hack machen Instant heal Wenn ich den jetzt nehme, wäre ich dumm Ne, nimm den nicht Lass dich einfach töten Ja, ich bin jetzt down Okay, nice Ich habe gesagt, ihr sollt mich nicht einfach nicht schlafen Ähm, okay, weiter geht's Ähm Was für ein Kid war das denn? Das war richtig behindert Wieder was mit einem klassischen Bogen Ja, das ist das Classic-Kid Das ist das stinknormale Kid Oh, das sind die gleichen Typen wie gerade Gucken wir mal, ob die auch ein Real-Pvp was drauf haben Okay, den einen habe ich Den einen habe ich Bist du tot? Ich bin in so einer Falle Ja, geil, den anderen habe ich auch Ja, guck mal, ohne diese Kids haben die nix Können die nix Ohne das Kid können die einfach gar nichts Da sind die einfach zu schlecht Guck hier, GG, gewonnen Ohne solche Kids können die einfach nicht spielen Weil die zu schlecht dafür sind GG So, jetzt Noch eine Runde Ja, jetzt dauert Alter, so ein Dreck, ey Guck mal, wie viele Leute hier drin sind Auf jeden Fall Richtig behindertes Kid Auf jeden Fall auf, wenn man sowas hat Okay, das Kid ist cool, muss man sagen Ich mag sowas Also ich mag so Standard-Kids Endlich keine FPS-Strufe von mir, Leute Bei manchen Maps, da leckt es einfach Entweder liegt es am Server Wir gehen beide auf mich Schell, helf mir Der will auf dich gehen Die gehen beide auf mich Ich bin tot Ja, die sind gut und gut eingespielt gewesen Auf jeden Fall Den einen kenne ich noch Nein Komm schon Ach, egal Ähm, Leute Wie ihr merkt, wir sind überhaupt nie eingespielt Das heißt Baum Ähm, oh, noch mal gleiches Kid Also wir gehen jetzt auch beide auf einen, ne Du merkst ja, das machen die auch die ganze Zeit Also machen wir das jetzt auch Den vorderen, den linken, den mit dem Bogen Okay Ich geh auf den Ich geh auf den, der auf dich geht Geh beide auch Geh du auch auf ihn Die gehen wieder beide auf mich Nein, was machen die Heilungstrang nehmen Die sind dreckig gut Heilungstrang Ich hab den auch meinen genommen Okay, geh du auf den Kriegst du den Ich bin tot Ich krieg mal nicht Bei mir leckt es Lol Hä Lol Hä Bei mir hat es einfach geleckt Und dann war ich tot Diese Runde eskaliert Die Runde eskaliert zu sehr, Alter What the fuck is going on Ich glaub, sowas kann ich nicht mehr aufnehmen Okay Okay Nur noch mit einer Faust Nur mit einer Faust Stärke und Nachtsicht Oh Was ist das heute für eine Runde Was sind das für Kids Ja, ich bin zu fehl Den schnapp ich mir Der sieht irgendwie voll komisch aus Was 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 ist Ich hab keinen Bock mehr, Alter Leute Was ist das bitte Das ist jetzt die letzte Runde Und dann rast ich völlig aus Was ist das, ey Was sind das heute für Kids Das ist der letzte Dreck Okay, wir gehen beide wieder auf einen Alter, der Bogen ist wieder Ja, der Bogen ist mal wieder Übelst übertrieben Und man kann sich nicht heilen Och toll, Alter Warte, ich komm zu dir Wir bleiben zusammen Wir bleiben zusammen Ich komm Alter Ist doch nicht zu fassen Ich bin gleich down Wir konnten uns gegenseitig schlagen Deswegen Ich auch Wir bauen uns eine Festung Komm Komm, komm, komm Wir bauen uns eine Festung Oh, ich bin hier ungefangen Fuck Lalalala Ich baue mir jetzt ein Haus Lalalala Ich baue mir jetzt ein Haus Oh, yeah Ich bin Bob, der Maumeister Oh mein Gott, Alter Auf einmal ist es gesprengt Alter, das ist die geilste Folge ever Das ist einfach die beste Folge Okay Komm Auf der Wartestange Das ist jetzt aber auch die letzte Runde Dann Würde ich sagen Okay, das ist jetzt die letzte Runde Und das ist mal wieder so ein Ultra-Kit Ultra Okay Man hat eine Lohrenbute Ich würde sagen Ich gehe mal direkt drauf Der Bogen geht Ja, ich Ich habe den einen Ich habe den einen Der eine ist sauschlecht Obwohl, was heißt sauschlecht Aber auch nicht saugut Also, so bitte Ich helfe dir Geil Dann haben wir Dann werden wir den Schatten Achtung, hinter dir Ich gehe auf YOLO Fighter Den haben wir Wo bist du? Oh, fuck Ich habe Nein Nein, ich bin nicht down Weg hier Ich tippe mich weg Ich habe einen Schinken Was bringt der Schinken? YOLO Fighter braucht noch einen Hit, damit ich tot Lol Ich wusste, dass der von sich gegenseitig Nö, bin ich nicht, aber Wusste ich auch nicht Deswegen habe ich einfach drauf losgeschlagen Ja, okay Jetzt Bla 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 PvP Ist richtig schlecht Da sieht man mal wieder Der Name ist bewährt Für ihn Jetzt Penis PvP Alter So, jetzt reicht es aber Gehst du auch gerade auf ihn? Gehst du auch gerade auf ihn? Ne, ich komme mir gerade nicht Aus so einer scheiß Höhle raus Ich bin auch in so einer Höhle drin Wir sind beide in der Höhle Die gehen beide auf mich Ich komme raus mit einem Enderperle Ich bin tot Ich bin tot Egal Den beide auf mich Ich versuch's Ich geh drauf Nein, 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 nein Ja, dieses Enders-Aim, Alter What the fuck, schlagt euch doch selber Renn weg Was, kriegst du die? Renn weg, renn weg, renn weg Nicht Bow Spam Ah, egal Okay, Leute Dann würde ich sagen Dann würde ich sorgen Das war's auch mit der heutigen Folge Ich hoffe, es hat gefallen Dann lasst mal eine positive Bewertung da Und schau Obwohl, na, dein Kanal ist jetzt nicht der Einen Kanal, der euch wahrscheinlich interessieren wird Ähm, weil der halt komplett andere Videos bringt Aber ich verlinke dich einfach trotzdem mal YOLO Okay, Leute Dann bis zum nächsten Mal Ciao